Tobias Wussler vom Landhaus Bacher. Thomas Dorfer vom Landhaus Bacher. Wir haben heute ein Gericht präsentiert beim Koch Campus, wo wir einen regionalen Fisch aus unserer Gegend genommen haben, den Ramsauer Alpsäbling, also die niederösterreichische Ramsau. Und wir haben den Fisch verarbeitet, also zum einen das Filet, zum anderen die Leber. Weitere Komponenten dabei waren Trauben und als Texturgeber krokant von Sauerteigbrot. Also wir haben halt versucht mit diesem Gericht, vor allem die Leber ist eigentlich von Haus aus schwerer, mit diesem Säurekontrast, was man eben aus dem Vachy hat, eben einen Gegenpol zu setzen, was das ganze Gericht leichter hervorhebt. Und wir haben heute natürlich diese Gelegenheit genützt, dieses Gericht den Koch Campus Teilnehmern zu präsentieren, weil bis dato war es ja noch nicht auf unserer Karte und wir haben ein sehr gutes Feedback dafür bekommen und jetzt wird es natürlich in die Karte aufgenommen.